Das vergangene Jahr war ein schwieriges. Die Corona-Pandemie hat uns alle in Beschlag genommen. Nichts mehr ist, wie es gewesen ist. Auch für Redoc war es ein besonderes Jahr. Und gleichwohl haben es unsere Mitglieder geschafft, stets einsatzbereit zu sein. Redoc, vor 50 Jahren gegründet, ein damals mit viel Pioniergeist, ist heute die wichtigste Rettungsorganisation geworden, wenn es um die Suche mit Hunden geht. Sie lebt von engagierten Mitgliedern, die tagtäglich in ihrer Freizeit sich der Sicherheit anwitmen. Mit ihren Liebsten, mit ihren Hunden trainieren, damit Menschen gefunden werden. Sei dies nach einem schweren Unglück, sei dies bei einem Erdbeben im Ausland oder auch, wenn einfach jemand nur den Weg nach Hause nicht mehr findet. Diesen Mitgliedern gehört mein ganzer Dank. Sie sind es, was Redoc ausmacht. Ohne diese Paare zwischen Mensch und Hund könnten wir diese tolle Leistung nicht erbringen. Von Herzen sei euch gedankt. Gedankt sei aber auch allen Sponsoren und Gönnen, Institutionen, die Redoc unterstützen. Dank ihrer Hilfe können wir unseren Auftrag erfüllen, auch in einem schwierigen Jahr wie 2020. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass 2021 besser wird. Und was auch bleibt, ist die Sicherheit, dass Redoc auch im kommenden Jahr stets einsatzbereit sein wird. In diesem Sinne, liebe Mitglieder, liebe Sponsoren, liebe Gönner, ja, liebe Menschen in diesem Land, in meinem Namen als Zentralpräsident, ein herzliches Dankeschön und frohe und gesegnete Weihnachten.